Frau Müller, Sie fahren schon wieder in den Urlaub? Ah, hallo! Ja, diesmal geht es vier Wochen auf Kreuzfahrt. Zeit genug, habt ihr ja aber, reicht denn die Rente für die vielen Reisen? Kein Problem, wir haben unser Haus verkauft. Nein, das Haus verkauft? Gibt's doch nicht. Wann zieht ihr denn um? Gar nicht. Wir bleiben hier, solange wir wollen und können. Wie geht denn das? Haus verkaufen und weiter wohnen bleiben? Das ist keine Hexerei. Unser Makler hat uns den Tipptel geben. Wenn man weiß, wie es geht, fragt man sich, warum es nicht mehr Hausbesitzer tun. In vier Wochen sind wir zurück, dann reden wir darüber. Martin, kannst du bitte mal eine Nummer notieren?